Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Toll, dass wir an diesem sommerlichen Pfingstsonntagabend den Weg hierher ins zumindest gut klimatisierte Kino geschafft haben. Ich kann Ihnen schon mal sagen, es lohnt sich sehr. Ja, und der Anheizer gerade eben, das ist auch der Gast unseres heutigen Abends. Schon mal großen Applaus, toll, dass du da bist. Axel Rahnisch, wir rufen dich gleich noch nach vorne, aber extra aus heute Berlin gekommen. Aber bevor wir loslegen, das Ganze ist in der Reihe Was tut sich im deutschen Film? Die gibt es seit 2005 und das machen wir in einer großartigen Kooperation mit EPD Film. Und hier ist Sabine Horst, die jetzt übernommen hat bei euch für diese Reihe. Magst du erzählen, wie es dazu kam? Ja, Rudolf Worschelch, der ist in den Ruhestand gegangen, freiwillig. Ein bisschen gezwungen, ein bisschen freiwillig. Aber er hat noch viel vor und er wird uns auch als Autor erhalten bleiben. Uns tut es natürlich sehr leid, weil Rudolf war irgendwie die Seele von EPD Film und auch die Seele dieser Reihe. Und ich kann nur sagen, er hat ein Erbe hinterlassen. Und wir wollen das natürlich fortsetzen. Sowohl die Reihe, die uns sehr wichtig ist, weil es sie schon so lange gibt und weil fast alle namhaften Regisseure Deutschlands hier schon mal waren. Und wir wollen natürlich auch das Heft weitermachen. Und wir haben das in einer sehr stabilen Situation übernommen, was ja keine Kleinigkeit ist. Auf diesem umkämpften Markt heute, also EPD Film, wird es weitergeben. Und zum Beleg, zum Beweis, habe ich mal hier das neue Heft im Andruck mitgebracht. Das ist noch nicht das Heft, das kommt nächste Woche. Aber das hier ist sozusagen die Korrekturkopie. Und was ist da vorne drauf? Orphea in Love. Unsterbliche Liebe steht oben drauf. Wir haben ein großes Interview mit Axel Ranisch, wo er von seiner Liebe zur Oper erzählt und wie er das gemacht hat mit dem Film. Und wir haben es natürlich nicht zufällig drauf, sondern weil wir glauben, dass es wirklich ein ganz besonderer Film ist. Axel Ranisch ist bekannt geworden als einer der Protagonisten von German Mumblecore, also eines Kinos, das in besonderer Weise der Realität verhaftet scheint, das authentisch und spontan daherkommt. Er beschäftigt sich aber schon sehr lange mit einer Kunstform, die eigentlich als die artifiziellste überhaupt gilt, nämlich mit der Oper. Und im Mumblecore wird frei nach Schnauze gelabert, aber in der Oper wird streng nach Noten gesungen. Also da gibt es nichts Zufälliges in keiner Lebenslage. Nicht im Leben und auch nicht im Tod. Und das werden Sie jetzt in dem Film gleich sehen. Und ich glaube, dass das jetzt ein würdiger Anfang für eine neue Ära in dieser Reihe und auch mit dem Heft ist. Einen schönen Abend. Wir sind sehr dankbar, liebe Sabine. Der Applaus gebührt euch und EPD-Film Deutschlands führender Fachzeitschrift, die hier in Frankfurt sitzen. Und also wirklich toll, dass ihr die Reihe weiter mit uns gestaltet. Und ich glaube, wir werden dich auch ab und an mal dann hier vorne sehen bei einem Gespräch. Einer muss es ja machen. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, holen wir doch mal den Axel nach vorne zu uns, oder? Axel Ranisch, meine Damen und Herren, der Regisseur des heutigen Abends. Herzlich Willkommen. Sabine, du kannst gerne auch schon mal ganz gemütlich Platz nehmen. Jetzt machen wir die Show heute. Ich habe alles. Leg es einfach dahin. Das waren sehr, sehr schöne Worte, die du da gefunden hast. Vielen Dank. Ja, lieber Axel. Diese Reihe gibt es seit 18 Jahren und wir haben fast alle renommierten Regisseure schon mal da gehabt. Hat Sabine gesagt. Stimmt. Du warst vor zehn Jahren schon mal hier. 2013 mit Ich fühle mich Disco. Jetzt, zehn Jahre später, hat sich viel getan bei dir. Ja, also es hat sich weiterentwickelt und in die verschiedensten Richtungen. Und 2013 habe ich zum Beispiel meine allererste Oper inszeniert. Und inzwischen sind es, jetzt habe ich gar nicht mehr mitgezählt, aber zwölf waren es jetzt, glaube ich. Ich hatte gestern Abend Premiere an der komischen Oper in Berlin. Deswegen, ich bin so ein ganz kleines bisschen verkatert heute, weil die Premiere lief nämlich wirklich sehr gut. Das freut uns sehr und ich finde es auch ein Applaus nochmal wert. Extra von der Premiere direkt nach der Party los zu uns. Aber ich muss natürlich nachfragen. Erzähl uns ein bisschen was über Saul. Was tut sich da? Das ist ja das letzte Stück, bevor die komische Oper jetzt saniert wird. Genau, wir ziehen, ich sage schon wir, ich bin mich mit dem Haus sehr verbunden, weil das eigentlich auch das Opernhaus meiner Jugend ist, in der ich die meisten Stücke gesehen habe. Es war halt einfach immer das nächste Haus und das schönste und für mich auch immer das mit dem buntesten Theater, was ich mir vorstellen konnte. Und man konnte wirklich für 10 Euro grandios, es gibt in Berlin diese Klassikart für U30 und dann konnte ich für 10 Euro in der ersten Reihe sitzen. Toll. Was ich da alles gesehen habe, ja toll. Insofern sage ich wir und das ist ein bisschen hart und wehmütig auch, dass jetzt dieser Umbau stattfindet und dass sehr, sehr viele Mitarbeiter der komischen Oper nie wieder zurückkommen werden an dieses Haus. Weil wir jetzt sechs Jahre an Ausweichquartieren spielen. Ich habe die große Ehre, dass ich jetzt jedes Jahr eine Inszenierung machen darf. Also die waren so mutig und verrückt und haben mir gleich einen Vertrag über mehrere Stücke angeboten, was ich wirklich wild finde. Das ist mir noch nie passiert, aber ich konnte natürlich nicht Nein sagen. Und nächstes Jahr mache ich zum Beispiel Operette DDR, heiteres DDR-Musiktheater, Messeschlager Gisela. Das ist wunderbar. Es geht um einen VEB-Modebetrieb in Berlin, ein Modekombinat, die Probleme haben mit ihrem sehr kreativen Modegestalter, der ursprünglich mal ein Paragrafenreiter war und jetzt aber auf Modegestaltung immer nach Paris. Das ist vor dem Mauerbau geschrieben worden, sehr frech, immer mit ganz vielen Bezügen und das konnten die ja in der DDR so wahnsinnig gut. Ja, aber jetzt Saul, ein Händel-Oratorium. Ich habe mich das erste Mal mit dem Alten Testament beschäftigt, ich so als Ostberliner. Ja, gewaltiger Stoff. Meine Güte. Brutal. Also wirklich. Also dieser Rache-Gott ist schon auch eine harte Ansage, muss man sagen. Aber ein bisschen wie bei Pasolini-Theorem, so ein erstaunliches Kammerspiel über einen Vater, seine drei Kinder und eine Figur, den David, der da reinrutscht und alle durcheinander bringt. Sehr archaisch, also im Kleinen eine Familiengeschichte, das was mich immer interessiert, das was ich liebe und mache und tue und im Großen gespiegelt dann mit dem ganzen Volk die Geschichte der Entstehung Israels und seiner ersten Könige Saul und David. Spannend. Also Sie sehen, dieser Mann brennt für die Oper und heute nimmst du uns mit in die Unterwelt und zwar in München. Ja, genau. Magst du uns schon mal so ein bisschen was vorweg auf den Weg geben, was uns bei der Orphea in Love erwartet? Genau, ein ganz kleines Geleit vielleicht. Vielleicht ganz zu Anfang, Serge Dorni, der jetzige Intendant der Bayerischen Staatsoper, kam mit der Idee zu mir, er möchte Arien verfilmen als Kurzfilme. Um tatsächlich Publikum zu erreichen, was nicht in die Oper geht oder selten oder. Und das fand ich grandios. Ich habe ja immer so missionarischen Gedanken. Ich bin ja so ein Klassik-Nerd, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und fand das eine grandiose Idee und habe dann auch gesehen, dass es in den 80ern schon mal so einen Modellversuch gab. Ein Film, der heißt Aria. Da haben zehn verschiedene Regisseure zehn Arien verfilmt. Die haben aber miteinander gar nichts zu tun. Das fand ich schade. Weil manche waren gelungen, manche waren nicht gelungen. Aber es ist auf jeden Fall nicht so ein großer Bogen, in den man so eintauchen kann, sondern man muss immer wieder raus und wieder rein. Goddard war dabei, Derek Jarman und so weiter. Du bist auch gut informiert. Und da habe ich gedacht, warum machen wir nicht lieber gleich einen ganzen Film? So einen richtigen, kompletten, einen Filmfilm. Also so einen, der auch als Film wirklich funktioniert und gar nicht vorgibt, eine Oper zu sein oder eine Opern-Arie, sondern der eigentlich eher so das, was Oper für mich bedeutet, mit filmischen Mitteln umsetzt. Bei meinen Opern-Inszenierungen habe ich Film immer schon reingepackt. Aber ich habe halt lange davon geträumt, das auch umgedreht zu tun. Und dann lag natürlich nah, wenn man so einen Film macht, dass man sich am Urmythos des Musiktheaters bedient und das ist die Orpheus-Sage. Weil die allererste Oper, die 1598 von Jacopo Péry komponiert wurde oder wo man gesagt hat, so das ist die erste, die ist leider nicht erhalten, das war eine Orpheus-Oper. Und die erste erhaltene wenige Jahre später von Monteverdi ist eben auch ein Lorfeo. Und es gibt über 60 Vertonungen durch alle Jahrhunderte weg. Der Stoff hat immer wieder die Komponisten angeregt, Opern zu schreiben und das hat natürlich damit zu tun, dass Orpheus diese mythische Gestalt mit dieser unglaublichen Stimme ist, der also selbst in der Hölle, weil er seine Eurydike, in die er so sehr verliebt ist, aber auf die Pluto auch ein Auge geworfen hat und sie deshalb mit Schlangen beißen lässt und dann muss sie halt zu ihm in die Unterwelt und weil er so eine schöne Stimme hat, schafft er es, Aufgaben zu bestehen und selbst die fiesesten und bösesten zu bezirzen und zu Kuscheltieren, die Monster zu Kuscheltieren zu verwandeln. Und dann kriegt er seine Eurydike zurück, aber er darf sich nicht umdrehen, das ist ein Riesenproblem, weil das ist in den meisten Darstellungen ist die Eurydike auch eine wirklich nervige Figur. Das ist dann immer die, die sagt, warum liebst du mich nicht, warum drehst du mich nicht um, warum sprichst du nicht zu mir, sie kapiert gar nicht, dass er das nicht darf und dann ist er halt irgendwann so genervt, dass er sich umdreht, bumms und dann ist die Tragödie da und dann bleibt sie in der Unterwelt und er muss den Rest seines Lebens singen. So, deswegen ist es also eine, die Grundgeschichte ist zutiefst tragisch und unglücklich, unglückliche Liebe ist ja eh das Schönste und ich bin ja, ich bin ja im Herzen, auch wenn ich immer so rumgrinse, aber ein großer Melancholiker, dieses Thema unglückliche Liebe, das durchzieht ja auch meine Filmografie, also besten Filmografie nicht, insofern kann ich viel mit diesem Stoff anfangen und insofern war es dieser Stoff, der mich angeregt hat, ihn komplett neu zu erzählen. Ach, Axi, ich kann dir ja wirklich stundenlang zuhören und ich freue mich, dass wir das nachher genau noch fortsetzen werden dann hier vorne. Oh mein, sie haben einen langen Abend, wissen sie das? Es wird toll, es wird richtig toll. Dürfen die zwischendurch mal auf Toilette gehen, wenn der Film vorbei ist oder so? Die Tür bleibt einigermaßen, also sie können, nein, aber vielleicht, weil du Film-Nerd angesprochen hast, es gibt tatsächlich... Musik-Nerd, Klassik-Nerd. Genau, Musik-Nerd angesprochen hast, es gibt in der Filmwelt noch einen Musik-Nerd, den du gefunden hast, mit dem du zusammen einen ganz wunderbaren Podcast machst für Deutschlandfunk Kultur. Ich weiß nicht, ob sie es schon mal gehört haben, Klassik-Drastisch heißt das, wo du und David Striso, der Schauspieler, zusammen wirklich euch immer so ein Überraschungsstück mitbringt und dann redet ihr sehr impulsiv. Wir schwärmen. Wir schwärmen. Das ist zwischen fünf und sieben Minuten lang und wir schwärmen über ein Stück, also so euphorisch wie nur können, in der Hoffnung, dass die Leute danach so angefixt sind, sich das Stück dann anzuhören, weil das passt natürlich nicht in diese fünf Minuten rein. Und weil wir ja immer einen Vorfilm zeigen, habe ich jetzt gedacht, komm, wir zeigen mal Ihnen genau ein solches, Klassik-Drastisch, und zwar Figaro's Hochzeit. Ja, das ist so ein kleines Nebenprodukt, man sieht uns eigentlich nur, wie wir... Das machen wir nämlich gerne, wir singen wahnsinnig gerne mit. Singen, dirigieren und Spaß an der Überraschung. Und eigentlich ist es ja Radio, also Bild ist... Du hast es aufgezeichnet und wir sehen dich und verlieben uns in dich. Und danach fängt der Film an. Danach fängt direkt der Film an und dann kommen wir wieder. Und jetzt erstmal nochmal großen Applaus, Axel Rahnisch und viel Spaß mit Orfea in Love. Vielen Dank, dass Sie da sind. Eine schöne Projektion. Ja, großen Applaus, Axel Rahnisch. Orfea in Love. Und das ist die erste Preview jetzt vor Kinostart. Dein Applaus, lieber Axel. Nimm Platz, mein Lieber. Und wir quasseln gleich los? Wir quasseln gleich los, genau. Wir machen ein bisschen was unter uns erstmal. Und dann so ab der Hälfte haben Sie dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Da komme ich dann zu Ihnen. Aber erstmal, was für ein berührender Film, was für ein emotionales Werk. Olaf Möller in Rotterdam, hast du mir gerade nochmal erzählt, hat das genannt. Ein Opernfilm im Musical-Gewand mit Free-Jazz-Elementen. Ja, so ähnlich, genau. Also ich glaube, er sagte, ein Film mit ganz viel Oper in der Dramaturgie eines Musicals, aber alles irgendwie Free-Jazz. Und das hat es noch nicht gegeben. Das hat mir gut gefallen. Finde ich. Also ich kenne keinen Film, der direkt so ist. Also komme ich erstmal direkt auf die Frage, wie kommt man denn da drauf? Du hast ja erzählt von der Idee, aber das dann so umzusetzen, dass es eben nicht Kurzfilme sind, sondern wirklich eine Story, wo die Arien, die ja auch nicht aus demselben Werk sind, für alle, die nicht Opernkenner sind, sondern jeweils einzeln dann eine Stimmung produzieren, die dann die Handlung in diesem Film dann auch vorantreibt. Das ist ja schon eine sehr besondere Idee, das dann auch so umzusetzen. Ja, ich wollte, dass die Arien eine Unmittelbarkeit kriegen und eine Unbedingtheit, dass die in dem Moment, wo sie erklingen, so sehr mit der Situation verbunden sind und auch mit dem, wo Nele gerade steckt als unsere Hauptfigur, dass sie gar keine Arien mehr sind, sondern dass sie einfach, sie müssen sein. Sie müssen von ihr in dem Moment gesungen werden. Ungefähr genauso, wie alle wichtigen Momente in meinem Leben mit einer klassischen Musik verbunden sind. Und ich ganz genau wüsste, welchen Soundtrack ich spielen muss oder welches Stück ich anwählen muss, in welcher Situation. Arien sind der Soundtrack Ihres Lebens. Ja, genau. Mir ist ja, als ich angefangen habe, Opern zu inszenieren, rückwirkend aufgefallen, dass ich meine Filme schon immer gedreht habe, wie ich meine Opern inszeniert habe. Oder wie ich Opern inszeniere. Dass ich wirklich von der Musik ausgehe und immer vom Rhythmus und vom Auditiven her und von der Wirkung der Musik. Die beschreibt immer am allerbesten, was ich eigentlich erzielen möchte für eine Wirkung in einer Szene. Du hast ja auch eine Vorgehensweise, die du schon immer hattest. Du hast zuerst Musik komponieren lassen und dann dazu geschrieben, wenn ich mich recht entsinne, und die Musik dann auch am Set für die Spielenden parat gehabt. Genau, so war das in allen Filmen. Also bei Dicke Mädchen war noch nichts Komponiertes. Da war es die ganze Johann Strauß Musik und die Klavier und Violine, was irgendwie zu meiner Oma passte. Bei Ich fühle mich Disco war es Rachmaninoff und Christian Steifen, was von Anfang an in jeder Szene den Film dominiert hat und die Handlung mit kreiert hat, mitgebaut hat. Und dann sind wir, als ich Martina Eisenreich, meine Komponistin, kennenlernte, sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass wir wirklich die Musik komponieren, bevor wir, also zum Teil auch, bevor ich anfange, so richtiges auszuformulieren. Also bei unserem Tatort Waldlust hat sie eine ganze Sinfonie komponiert und ich habe dazu dann nachher den Tatort gedreht. Erklär mal für alle, die noch nicht an einem Set waren, was verändert das dann im Vergleich zu einer in Anführungszeichen konventionellen Vorgehensweise? Wie immer, es hat mit Pingpong zu tun, also man inspiriert sich gegenseitig. Ich gebe der Komponistin zum Beispiel einen Satz oder eine Beschreibung, vielleicht eine Szene, vielleicht ist es ein Gedicht, vielleicht ist es eine kurze Beschreibung. Daraus macht sie eine Musik, die gibt sie mir zurück und diese Musik inspiriert mich dann oder regt mich dann an, damit weiterzuarbeiten und dann zum Beispiel mit den Schauspielern diese Musik zu hören, denen das zu geben, guck mal, das ist dein Thema, so ist die Grundstimmung deiner Figur. Verstehen die dadurch sozusagen besser, was ihre Figur fühlt? Können sie sie anders spielen? Ich kann alles besser erklären durch Musik. Und insofern ist es ein ganz für mich urnatürlicher Vorgang, so zu arbeiten wie in diesem Film. Ich habe es mir halt noch nie so getraut, weil wir ja immer, also ein Film ist ja Film und keine Oper, das ist aber jetzt anders, weil jetzt ist beides auf einmal zusammen da. Aber die Herangehensweise ist eigentlich eine, die gewachsen ist. Und ich finde es ganz besonders wichtig, ehrlich gesagt, wir haben im deutschen Kino ganz oft das Thema, dass wir uns darüber ärgern, dass das Ernste und das Unterhaltende voneinander strikt getrennt wird. Das darf nicht zusammenkommen. E und U sind getrennt. Jetzt gehst du ja quasi noch einen Schritt weiter, wenn man von den Kulturformen angeht. Kino und Film ist das Inbegriff des U im Grunde für viele und Oper ist das absolute E. Und du bringst das jetzt hier zusammen in einem solchen Werk, missionarisch auch durchaus, weil du sagst, du willst ja die einen vielleicht vom anderen begeistern. Ja, weil das ja, also diese Institutionen sind ja so doof. Und auch diese Schubladen, die damit verbunden sind. Also für mich, ich bin von der klassischen Musik weggefetzt worden als Kind, als sechs-, siebenjähriges Kind im Ostberliner Plattenbau. Für mich hatte das nicht so wahnsinnig viel mit, auch mit sozialen Grenzen oder so zu tun. Und so die feineren Leute gehen in die Oper. Nee, ich fand einfach die Musik so unglaublich toll. Und das ist was, das können wir, glaube ich, eigentlich alle. Aber wenn die so eingesperrt sind in diese Institutionen. Deswegen ist ja auch immer mit dem, ich hab das, das, es ist ja jetzt mein erster Film seit, Kinofilm seit Alki Alki. Ich hab ja unwahrscheinlich viel gemacht. 2015. Aber 2015 war Alki Alki und das haben mir ganz viele übel genommen und haben gesagt, sag mal, machst du keine Filme mehr und so weiter. Ich habe die ganze Zeit Zeug gemacht. Aber ich hab schon immer gesagt, es ist mir auch, ehrlich gesagt, gar nicht so wahnsinnig wichtig, für welches Medium ich die Geschichten erzähle. Hauptsache, ich kann Geschichten erzählen. Und ich habe in der Zwischenzeit halt eher Hörspiel gemacht oder Fernsehen oder einen Roman geschrieben. Das war aber auch immer dieses Geschichten erzählen und immer dieses sich mit Musik, also genau so irgendwie, ich glaube nicht so sehr an die Institutionen, die damit zusammenhängen. Und an die Oper genauso wenig, wie wir Filme nur im Kino zeigen können oder nur in dem erlebt. Ich bin da irgendwie... Vermutlich ist das ja auch die Zukunft, ehrlich gesagt. Weil wir haben es ja gesehen, also die Sender stehen vor ganz dramatischen Veränderungen. Wer guckt denn noch linear? Es wandert ins Digitale. Auf der anderen Seite wird das Event und das Beisammensein immer populärer. Siehe deine Premiere. Magst du vielleicht nochmal dazu das als Beispiel nehmen? Im Nationaltheater in München, da war dann das, war deine Kinopremiere in der Oper. Das war natürlich die spektakulärste Kinopremiere, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Also im Nationaltheater vor 2000 Leuten diesen Film zeigen, das war natürlich irre. Also aber das war natürlich auch logisch, irgendwie mit dem Film an den Ort zurückzugehen, wo er ja mit entstanden ist. Und es ist eine Chance für beide Künste. Und das war ein tolles Publikum dann da drin, weil da waren dann nämlich ganz viele Kinogänger und die vorher noch kein Opernhaus gedreht. Und es war auch aufregend zu sehen, wie, also eine Oper ist ja kein Kinosaal. Und 5.1 Mischung ist schwierig in so einem riesengroßen Raum. Aber immer wenn die Musik erklang, dann klangen die so schön, wie sie im Kino nicht klingt. Das ist ein Opernhaus. Also irre, das war ein ganz eigenartiges, einzigartiges Gefühl, ein besonderer Abend. Und was ich halt auch toll finde, ist, ich glaube, du bist in der Opernwelt inzwischen halt auch ein Star. Das heißt, dort ziehen Menschen auch schon Querverbindungen, wenn sie mehrere Stücke von dir gesehen haben. Oder auch von den Arien logischerweise. Was hat das für eine Auswirkung? Ich komme mit meinem Filmblick da drauf, kenne deine früheren Filme und sage, ach, guck mal, der und die hatten da schon mitgespielt. Die haben da schon zu dem Ravel getanzt. Ja, das finde ich großartig. Und das so zusammenzufügen, dass das ein, ich nenne es jetzt mal, Großgesamtkunstwerk wird. Ist das eine Strategie von dir? War das am Ende sogar ein Ziel, diese beiden Welten, die dir in deinem Leben so viel bedeuten, zusammenzuführen? Genau, der ist nicht sonderlich intellektuell durchdrungen oder entstanden, der Film. Also ich will nicht, der hat jetzt nicht das Konzept gehabt, wir müssen jetzt alles zusammenbringen. Das ist passiert. Also der ist so natürlich gewachsen, der Film. Und deswegen geht vielleicht alles am Ende auch zusammen. Obwohl man ja wirklich zum Teil verwirrt sein kann, dass die ganze Opernmusik, aber eben auch Christian Steifen oder John Adams oder, ich meine, es ist ein Tchaikovsky-Lied. Und das aber kombiniert mit dem Tanz. Ich habe, die, die vor der Kamera stehen, das sind Sängerinnen, Tänzer und Schauspieler und gleichsam werden sie auf Augenhöhe miteinander behandelt. Wir haben Mythologie, wir haben Märchen, wir haben Witz und Tragik. Es ist ja wirklich eine erstaunliche Kombination aus allem Möglichen, wenn ich mir das so überlege. Aber irgendwie hat sich alles sehr organisch gefügt, weil es, weil es, ich weiß, ich habe lange kein Nichts gemacht, wo ich mich so sehr bei mir gefühlt habe, wie bei dem Film. Das kam, das kam alles sehr stark aus, aus, aus mir und aus uns allen heraus. Also es ist ja auch wieder so ein Film, der, der im Ping-Pong-Verfahren entstanden ist. Also genauso wie mit Martina mit der Musik und dem Ping-Pong, so spiele ich ja Ping-Pong mit allen. Also ich spiele mit meinen Schauspielern Ping-Pong, dass wir gemeinsam die Figuren entwickeln, dass wir uns immer wieder treffen, dass sie sich mit einbringen können und dann eben das, was sie sich ausdenken, wiederum Einfluss hat auf die Geschichte. Und das ist aber in den ganzen Gewerken genauso. Also genauso wie im Szenenbild, im Maskenbild. Die haben ja bei mir alle relativ große Freiheiten, weil ich ja so gerne beschenkt werde und so gerne Überraschungen mag und weil ich nicht so darauf bestehe, dass das, was ich mir genialisch am Schreibtisch ausgedacht habe, eins zu eins genauso umgesetzt wird. Sondern ich liebe das, wenn die Leute gute Ideen haben und wenn die anfangen, alle zu denken und mitzumachen. Genauso, weil die ja auch mehr Ahnung davon haben. Also ich habe mich ja früher auch schon immer Spielleiter genannt, weil ich das eigentlich einen tollen Begriff finde. Ich heiße jetzt nun hier in dem Film nicht Spielleiter, was aber eher damit zu tun hat, dass es den Beruf des Spielleiters an der Oper gibt und das zu Verwirrungen führte. Was bedeutet es dort? Naja, das ist eigentlich die Person, die zum Beispiel bei Wiederaufnahmen die Regie führt und sagt, das muss jetzt mit anderen Sängern wieder einstudiert werden. Das macht dann die Spielleitung so. Und die sorgen zum Beispiel auch dafür, dass so ein Stück, wenn es dann einmal, weil das Regie-Team, das haut ja wieder ab nach der Premiere und verlässt dann für immer den Ort. Und die sorgen halt dafür, dass die Qualität jeden Abend wieder erhalten bleibt. Und das ist der Spielleiter. Und weil das ein anderer Beruf ist, haben die von der Oper gesagt, das ist in diesem Fall missverständlich. Aber eigentlich finde ich den Begriff so unendlich schön, weil der heißt, wir spielen zusammen. Und natürlich achte ich drauf, dass ich einen Blick drauf habe, wie es am Ende aussieht. Aber wir entwickeln die Ideen zusammen. Aber da will ich gerade mal ansetzen. Das heißt, du hast auch in diesem Film improvisiert, wie es eigentlich dein Markenzeichen bei deinen frühen Filmen war. Kannst du uns da ein Beispiel nennen? Weil klar, wir haben vieles komplett durch Choreografiertes gesehen. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Aber kannst du uns da mal so ein Beispiel nennen, wo du sagst, da hat Improvisation tatsächlich etwas erzeugt, was vermutlich in einem klassisch geschriebenen Drehbuch nur schwer zu kriegen gewesen wäre? Naja, zum Beispiel die Theaterprobe. Also die La Traviata-Szene mit Friedhoff-Gavender und Usina Ladi und Heiko Pinkowski, die haben wir komplett improvisiert. Also ganz im Stil wie bei Ich fühle mich Disco, Dennis' Kamera auf die Schulter. Er hat das lichttechnisch so eingerichtet, dass die Oper toll im Hintergrund zu sehen war. Und dann ruft er. Also ich habe mich da mit den dreien vorbereitet. Die wussten, wer sie sind, in was für einer Situation sie stecken. Ich habe mich mit Friedhoff darauf vorbereitet. Der hat mich vorher interviewt, hat gesagt, wie würdest du denn jetzt an La Traviata rangehen? Und dann habe ich ihm erzählt, er hatte sich auch vorbereitet und dann haben wir das improvisiert. Und da gibt es einen heiligen ersten Take. Das ist der, an dem alles zum ersten Mal passiert, ungeprobt. Richtig. Und auf jeden Fall ungeprobt. Und deswegen ist da auch durchaus mal eine irritierende Kamera oder eine Unschärfe oder sowas drin. Das passiert dann halt. Und davon gab es ja mehrere Szenen. Also eigentlich fast alles, was ich mit Heiko und mit Osina gedreht habe, da haben wir gar keine Dialoge geschrieben. Oder aber, was ich auch interessant finde, weil selbst in den Tanz, in den choreografierten Geschichten gab es viel Freiraum für Improvisationen, weil auch der Choreograf Moritz Ostruschniak und unser Tänzer Guido Badalamenti, die Sie schon sehr lange kennen, arbeiten ganz doll mit Improvisationen. Und die legen halt vorher auch wie so eine Figur Bewegungsmotive fest, die Sie dann hernehmen können, um damit zu improvisieren. Also wirklich ein bisschen wie Jazz. Und so ist das passiert, dass zum Beispiel die Szene in dieser Unterführung, wo sie singt und er tanzt, die war nicht choreografiert in der Weise. Das war ein Tanz, ein Tanz zu dritt mit Sascha, unserem Steadicam-Operator. Die Kamera spielt mit. Die spielt mit, genau. Im Dokumentarfilm. Ja, genau. Im Gegensatz zu der ersten Szene, die am Platz vom Prinzregentenplatz spielt, die war hochgradig, weil das ist ja auch eine Plansequenz von knapp drei Minuten Länge, wie sie da aus der U-Bahn rauskommt und rüberläuft und über den Platz und so weiter. Ohne Schnitt. Die ist ohne Schnitt und die haben wir natürlich gewaltig vorgeprobt. Oder eben auch die Callcenter-Szene. Was alle Callcenter-Szenen, also alles, was da spielt, haben wir an einem Tag gemacht. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Und das war unglaublich. 20 Drehtage hatten wir für den ganzen Film. Das ist echt nicht vieles, ja. Ja, vielleicht musst du den Vergleich sagen. Also so ein Tatort, der relativ konventionell gedreht wird. Hat auch 20 Tage. 20 Drehtage, genau. Also was ich noch sagen wollte, ist, was ich an diesen improvisierten Filmen und auch den Szenen eben das Besondere finde, auch wenn die vielleicht, wie du sagst, nicht die Perfektion haben, die man sich jetzt vielleicht klassischerweise vorstellt. Sie bringen eine Energie und Explosivität rein, die einen als Zuschauer oder Zuschauerin, selbst wenn man es nicht zuordnen kann, in irgendeiner Weise besonders bewegt. Und deswegen bin ich so ein großer Fan davon, dass das nicht verschwindet, auch wenn jetzt aus eurer Bewegung, German Mumblecore, glaube ich, sich das ein bisschen so verstreut hat und es höchstens eben so eingestreut wird. Aber würdest du ein Plädoyer auch dafür halten, dass die Menschen in der Branche mehr sich trauen sollen? Das hat ja mit Mut zu tun, zu improvisieren. Und vor allem im sehr guten Filmemanifest steht, dass wir auf den Wellen des Augenblicks reiten. Und das ist etwas, was ich niemals aufgeben werde und was man auch niemals verlieren darf. Dass wenn, man muss flexibel genug bleiben, um den Plan auch immer komplett umzuschmeißen, wenn sich spontan etwas ergibt, was so schön ist, dass man es sich nicht ausdenken kann. Und das passiert nämlich immer, immer wieder. Und diese Flexibilität, das ist vielleicht das Wichtigste, was ich auch aus der Improvisation für jedes Projekt, selbst wenn ich ein komplett durchgestyltes Drehbuch vor mir habe und umsetze, das bleibt. Und spürst du das direkt am Set oder fällt das erst in der Montage auf? Nee, das spürst du im Set. Du merkst ja am Set plötzlich, wenn was Irres da ist. Das ist auch so ein Bauchgefühl, wenn du merkst auf einmal, also sei es ein Wetterumschwung oder es passiert durch Zufall etwas. Weil ständig passiert, manchmal passieren auch, es geht versehentlich irgendwas schief und das ist dann so brillant. Also wie ich erinnere mich, weil wir ihn neulich gerade erst gesehen haben mit Nicht-Fühle-Mich-Disco, da hat Heiko im I'm-Take, kommt sturzbetrunken nach Hause und demoliert halt die Eingangstür, die Wohnzimmertür. Nee, also die Haustür. Und die fällt halt komplett aus der, das hätte man wahrscheinlich sonst abgebrochen und nochmal gedreht und so weiter. Und wir haben, nein, es war so toll, dass die da aus der Angel fällt und dann haben wir einfach weiter gedreht mit dieser kaputten Tür. Und genau solche Momente, die passieren auch in einem durchgeplanten Film und die machen das alles so lebendig und die braucht man. Weil du Heiko Pinkowski gerade ansprichst, er ist ja im Grunde das Sinnbild für diejenigen, die alle in deiner Filmfamilie sind. Das sind ja ganz viele, die schon in deinen Filmen mitgewirkt haben, sei es vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich habe das Gefühl, das ist dir ganz besonders wichtig, gerade auch durch diese Arbeitsweise wahrscheinlich, aber vermutlich auch für dich als Typ, um Vertrauen in so eine Geschichte und so eine Inszenierungsform umzusetzen. Warum ist dir das so wichtig? Das ist eine Filmfamilie. Das ist Heiko, Christina, Friedhoff, dann meine Familie hinter der Kamera, also Dennis an der Kamera, Mielenka im Schnitt, Jan Pasemann in der Mischung. Es gibt so viele, meine Produzentenkollegen, wir sind eine große Familie und wir, das ist halt wie, als ob sich Freunde treffen und gemeinsam eine gute Zeit miteinander haben und etwas Schönes miteinander machen. Das fühlt sich halt nicht wie Filme machen an. Also klar ist Filme machen anstrengend und wir müssen morgens da sein und wir müssen eine Dispo schreiben. Aber dieses Gemeinsam, weil man sich so gut kennt und weil man manchmal gar nicht sprechen muss und weil ich die Rollen für Christina und Heiko ihn einfach auf den Leib schreiben kann, weil ich auch schon weiß, wie sie das machen werden. Und das sind solche Geschenke und die wissen, dass ich sie nicht in die Pfanne haue und ich weiß, dass ich denen bedingungslos vertrauen kann in dem, was sie aus ihrer Rolle machen. Und das ist so schön, dass ich darauf nicht verzichten kann. Ich bin ja so ein Harmonie-Typ. Ich kann, ich kriege, ich ziehe keine Energie aus Konflikt. Und damit bist du ja nun wirklich in der aktuellen Debatte, wie in Deutschland Filme gemacht werden, das positive Gegenbeispiel, muss man jetzt auch mal sagen. Also Liebe mit Liebe Filme machen geht, oder? Ja, geht gut. Selbst unter Zeitdruck. Super. Also ich finde, da können, allein da sollte man sich noch weiter unterhalten. Weil du jetzt aber gerade deine etablierten SchauspielerInnen erwähnt hast, du hast mit Miriam Mesak und Guido Badalamenti jetzt aber zwei Menschen genommen, die meines Wissens noch keinen Film vorher gemacht haben. So, also die sind an der Oper oder Tänzerisch unterwegs, denen die Verantwortung für eine solche große Rolle, einen langen Film zu geben. Wie hast du erst mal die so weit, also ich meine, du kanntest sie vorher schon. Mit Miriam habe ich gearbeitet an der Bayerischen Staatsoper. Wir haben eine Oper zusammen gemacht, Jolanta von Tchaikovsky und sie war die blinde Prinzessin und sie hat das so unglaublich toll gemacht. Ich war wirklich am Anfang ratlos, weil ich nicht wusste, wie bringt man jemandem bei, wie man blind spielt. Vor allem, wenn die da auf der Bühne steht und nicht in den Orchestergraben fallen soll und da muss sie ja auch ab und zu zur Dirigentin gucken und so und die brachte das aber mit und ich weiß nicht, wo sie es hergeholt hat. Ich weiß das bei Miriam bis zum Schluss nicht, wo sie ihre Sachen herholt. Die holt das ganz doll aus sich heraus und macht sehr viel mit sich aus und das ist aber beeindruckend, weil sie das mit einer Natürlichkeit tut. Die ist in ihrem Leben vor Kameras aufgewachsen. Die hat keine Angst vor Kameras, weil die schon als kleines Mädchen im estnischen Fernsehen Lieder gesungen hat. Also da gibt es irgend so was wie Kinderquatsch mit Michael, auch so ein Format oder so. Da war sie schon als ganz kleines Mädchen vor der Kamera. Dann hat sie bei Estonian Idol oder die estnische Variante von Deutschland sucht den Superstar, da hat sie mitgemacht und gewonnen. Dann hat sie zwei Popalben produziert, dann war sie Backgroundsängerin beim ESC zweimal. Also die kennt so dieses ganze Ding, das macht ihr keine Angst. aber irgendwann hat sie halt, weil sie hatte schon immer als kleines Mädchen diese unglaubliche Liebe zur Oper beschlossen, dass sie Opernsängerin werden will und sie hat ja auch diese wahnsinnige Stimme dafür. Und ich habe sie so bewundert, wir haben eine DVD-Aufzeichnung von Jolanta gemacht und da habe ich gesehen, in der Nahaufnahme auf einmal, weil da war immer eine Kamera in der Nahaufnahme, sie saß oben in so einem Käfig eigentlich, weil ihr Vater hält sie gefangen, weil sie nicht wissen darf, dass sie blind ist. Der ganze Hofstaat tut so, als wäre das komplett normal. Und dann sitzt sie da oben immer und spielt gelangweilt mit ihren Puppen. Und man hat das nicht gesehen unten im Saal, was sie da konkret spielt. Ich habe das erst in der Nahaufnahme und die hat immer gespielt. Die war immer in Haltung. Das machen Opernsänger nicht so oft, dass sie, wenn sie nicht dran sind, einfach auch immer weiterspielen und immer in Haltung bleiben. Das war irre. Und ich habe gewusst, mit Mirjam kann ich das machen. Also auf Mirjam kann ich auf ihren Schultern einen Film abladen. Die trägt das. Du hast ein absolutes Talent entdeckt, kann man ja nicht sagen. Ist das was, wo sie sagt, das reizt sie auch weiter oder war das für sie ein einmaliges? Jetzt fehlt es ihr sehr. Ich glaube, sie hat es genossen. Ich glaube, es war nicht immer einfach für sie, vor allem, wenn ich dann mit meinem Improgramm kam. Ich habe von Mirjam gelernt, dass es zwei komplett unterschiedliche Physiognomien gibt. Also die Physiognomie eines Sängers bei der Arbeit ist, jeder Muskel ist in Anspannung und formt diese wahnsinnigen Töne. Komplette Anspannung. Alles, alles ist, damit das rauskommt. Und im besten Fall ist die Physiognomie eines Spielers, vor allen Dingen in der Improvisation, ja die komplette Durchlässigkeit. Also offen für alle Impulse, die von jeder Seite kommen. Das ist ja so ziemlich das komplette Gegenteil davon. Und es ist gar nicht so leicht, das zusammenzubringen. Ich habe das auch beim Dreh gemerkt, wenn wir zum Beispiel Szenen hatten, in denen Mirjam live singen musste, was sie auch ein paar Mal macht. Also beim Dreh. Genau, also zum Beispiel diese Tchaikovsky-Arie, da hat sie dann live gesungen. Oder es gibt so ein paar andere Stellen, auch im Opernhaus am Anfang, bei der Butterfly-Szene. Und da war sie in einer ganz anderen Anspannung. Vor allem kommt ja dann auch noch der Druck dazu. Sie ist bayerische Staatsoper. Also das muss Weltklasse-Niveau haben. Es fällt auf sie zurück. Und das ist schon krass, wie sehr das dann gegeneinander arbeitet. Und wir hatten eine weitere Szene, das weiß ich noch, da hatten wir einen Nachtdreh und dann sollte sie irgendwie, der ging bis zwei Uhr nachts und dann sollte sie da noch singen. Und dann hat die Szene nicht funktioniert. Und erst als wir gesagt haben, okay, wir lassen das mit dem Originalgesang, auf einmal fiel der ganze Druck von ihr ab und sie war so fantastisch dann wieder. Also das sind so, ich habe jetzt erst begriffen, was für, also auch einfach darstellerisch, was für komplett unterschiedliche Herausforderungen das sind. Geht das den Schauspielern, die du aus der Filmwelt mitbringst, an die Oper ähnlich, dass die sagen, aber da muss ich ganz anders agieren? Weil das hast du ja auch schon getan. Ich habe Heiko in jede zweite Operninszenierung von mir mit reingebaut, ja. Naja, der darf ja immer nicht singen. Warum? Das Tolle an Heiko ist, der hat ja eine solche Präsenz und eine solche ... Also der Hüllbach, muss man dazu sagen. Genau, der den Herrn Hüllbach gespielt hat, dass der nicht singen muss. Und wenn es gut funktioniert und wenn die Sänger mit Heiko spielen, dann passiert ja etwas, beide werden plötzlich größer. Weil die einen Anspielpartner haben, der sich auf nichts anderes konzentrieren muss, als die zu supporten. Und Heiko macht das dann aber auch größer. Also im besten Fall ist das eine sensationelle Kombination. Und dann ist es auch schön, weil Heiko vergisst dann immer mal hier und da, was wir abgesprochen haben. Dann fängt er an zu improvisieren, bringt die alle durcheinander. Dann ist ein bisschen Schwung auf der Bühne. Ja, und so eine Körperlichkeit. Also das ist halt das, was ihn ja sowieso auszeichnet, was deine Filme auch seit dickem Mädchen prägt. Ein Feld in der Brandung. Ja. Also wirklich, das ist ... Allein die Szene da mit Christian Steifen in dieser Elvis-Choreografie und so, das ist der Wahnsinn. Und dann gleichzeitig noch mit der zweiten Hauptfigur, Guido Badalamenti, der ja auch nicht spricht, sondern nur durch seinen Körper spricht. Durch das Tanzen. So, das gibt dem Ganzen noch mal zusätzliche Komponenten. Das ist dann noch dazugekommen. Also in dem Skript, was ich zusammen mit ... Also wir hatten ja wirklich viele Bausteine zusammenzubringen. Was ich noch gar nicht erzählt habe, da müssen wir unbedingt kurz drüber reden, aber später. Gerne. Dennis mit den Motiven, ne? Kameramann. Ja, mein Kameramann, weil der hat gesagt, wir haben so große Musik, du kannst nicht wieder alles im Plattenbau spielen lassen. Wie sonst immer. Ja. Wir müssen dem gerecht werden. Also und Sönke und ich hatten also die Aufgabe ... Die Autoren. Die, genau. Die Arien, also die Musikstücke, die Motive, die Dennis uns gebracht hat, die Mythologie, die Charaktere, die wir angefangen haben zu formen, alles zusammenzubasteln und daraus so einen roten Faden zu machen. Das Skript war nachher kein richtiges Drehbuch, das hatte irgendwie sowas wie 40 Seiten. Was auch viel ist im Vergleich zu anderen improvisierten Filmen von mir. Also ein dicke Mädchen hatte drei, ich fühle mich Disco hatte zwölf. Alki, Alki immerhin 20. Aber genau, es waren 40 Seiten schon. Aber was war die ursprüngliche Frage? Die Körperlichkeit, tanzen. Ach so, genau. Aber dann stand da halt in diesem Skript halt drin, dass das ein Tänzer ist. Und dass der halt tanzt. Und dass die halt miteinander tanzen. Und ich hatte immer keine so richtige Ahnung, was das für eine Art von Tanz ist. Und ich suchte halt nach einem Choreografen, der mir auch helfen konnte. Und dann habe ich Moritz Ostruschniak gefunden, über meine Schnittmeisterin, Milenka Nauka, weil die hat viel mit Ballett zu tun. Und der Moritz las das Skript und sagte, hast du deinen Choreogra schon? Ich sagte, nein, weil ich weiß, wer das ist. Und dann brachte der den Guido mit. Und dann habe ich den getroffen und das war, die sind irgendwie so ein symbiotisches Pärchen, Moritz und Guido. Und ich habe ja erzählt, dass die ganz viel aus der Improvisation heraus machen. Aber der brachte auch wieder so eine ganz eigene Physiognomie mit. So was Straßenköterhaftes. Mit diesen absolut strahlenden Augen. Diesen unglaublichen Augen. Und der ist sehr klein. Und dann hat der aber diese, der hat nicht getanzt. Der hat gesprochen mit seinem Körper. Und dann hat er dieses Street Credibility da in den Film reingeworfen. und diesen Dreck mitgebracht. Diesen Straßenköterdreck, der dem Film so wahnsinnig gefehlt hat. Also Dennis hatte auch schon immer diese Impulse und hat immer gesagt, Graffiti, Graffiti und hier und da und so. Aber das hat durch ihn alles richtig Sinn gemacht. Und dann wurde diese Figur auf einmal so, also das Paar wurde auch so ungleich. Und das hat dem Film nur gut getan. Ja, da wollte ich sowieso noch ansetzen, logischerweise. Also allein, dass du Orphea weiblich die Hauptrolle sozusagen gibst. Hatte das noch eine bestimmte Botschaft, die du auch mit dem Film... Nein. Nein, hatte es nicht. Ich wollte einfach Mirjam besetzen. Auch ein Grund. Ja, also Mirjam war der beste Orpheus, den ich gefunden habe. Und wenn das ein Beitrag zum Feminismus ist, dass der beste Orpheus halt weiblich ist, dann gerne. Aber ansonsten war da keine übergeordnete Botschaft dabei. Das muss ich gestehen. Das ist dann halt so passiert. Aber ich fand es auch spannender. Weil ehrlich gesagt hat mir, wie gesagt, diese Eurydike-Figur, die ist mir immer schon ein bisschen auf die Ketten gegangen. Und das hat sich irgendwie alles gelöst, dadurch, dass die Anordnung auf einmal eine andere war. Ich habe mir natürlich, jetzt sind wir im Filmmuseum, da muss ich zumindest mal kurz drauf eingehen, es gibt ja doch einige Orpheus-Verfilmungen in der Vergangenheit. Auch teilweise wirklich große Klassiker. Also wenn man sich Orpheus anschaut, von Cocteau oder Orpheus Negro von Camus, das sind, finde ich, die beiden ganz großen Highlights. Dann gab es noch einige andere, die es versucht haben, sag ich mal. Aber die beiden sind wirklich Klassiker. Hast du dir die angeschaut, gezielt? Hast du da Elemente vielleicht auch aufgegriffen, dich inspirieren lassen? Nö. Die beiden, die du jetzt eben aufgezählt hast, die kannte ich. Ich kenne auch den Dietl-Film, der nicht ganz so gut geklappt hat, leider. Aber nö. Herr Kluge hat vor zwei Jahren auch einen gemacht. Lilith Stangenwerk. Ich habe den auch nicht gesehen, aber ich habe es zu spät gesehen. Also eigentlich war der Titel durch. Auch weiblich. Ja. Und dann habe ich mich kurz geärgert, habe ich gesagt, so ein Mist. Nee, aber gerade bei Cocteau fand ich, also da sind schon ein paar Ähnlichkeiten, auch gerade wenn er durch die Tür geht und dann ist er so in so einer Welt, wo diese Körperlichkeit aufgehoben ist und es wird so eine, auch in irgendeiner Weise magische Welt, auch wenn das ganz anders inszeniert ist und in einem brillanten Schwarz-Weiß natürlich, also ganz anders von der Wirkung. Aber von der Herangehensweise her, von der Idee dahinter, glaube ich, ist das gar nicht so unähnlich. Ist bestimmt im Hinterkopf. Ich habe den in der Filmhochschule gesehen, das ist bestimmt 15 Jahre her. Aber man ist ja nicht frei davon. Das ist ja alles gehört ja zu dem, was man... Aber es ist ja auch so ein bisschen, es spielen ja auch diese, es spielen ja auch die Opern alle eine Rolle. Also auch die Arien, aus denen die Opern kommen, die haben ja auch irgendwie einen Einfluss auf die Szene, in der das Ganze dann spielt. Da gibt es ja auch so zumindestens gefühlte Querverweise, die Leute, die die Stücke kennen, dann vielleicht auch besser lesen können, aber man sie auch nicht lesen muss. Filmhochschule hast du gerade angesprochen. Du bist eines der Rosa-Kinder. Du hast einen Film gemacht, auch über Rosa von Braunheim. Und ich muss natürlich auch da die Frage stellen, wenn ich da jetzt das Motiv der Toilette vor allen Dingen auch sehe mit Scheiße und Blut und allem, ist da so ein bisschen Rosa-Einfluss auch in diesen Film mit reingekommen? Bei der Toilette eher weniger. Da habe ich eher so an Calixto Bieto gedacht. Oder so Opernregisseure, der Intendant war ganz, als er die Bühne gesehen hat mit dem Klo, hat er gesagt, Axel, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Aber wo sind denn sonst Rosa-Einflüsse? Was willst du sagen? Rosa-Einflüsse sind ja grundsätzlich überall da. Ich komme ja gar nicht umhin. Also das ist, so ganz grundsätzlich hat Rosa ja immer gesagt, wir sollen Filme machen über Dinge, von denen wir Ahnung haben. Nun habe ich da musikalisch mit all meiner Leidenschaft tief in die Opernkiste gegriffen und habe ein Metier gewählt und ein Genre vielleicht erfunden, in dem nur ich mich auskenne. Weil in der Kombination bin ich vielleicht der Einzige, der das ... Was toll ist. Insofern hat das alles mit Rosa zu tun und mit Rosa hat auch immer eine grundsätzliche Angstbefreitheit beim Filmemachen zu tun. Und auch eine grundsätzliche, das interessiert mich jetzt aber nicht, ob es das schon gegeben hat oder nicht oder ob das funktioniert oder nicht, das machen wir jetzt einfach, weil es uns jetzt genau in dem Moment das Richtige erscheint und Freude bereitet. Das sind so Grundhaltungen, die ich von Rosa immer habe. Also man könnte auch sagen, ich weiß nicht, ob ich den Begriff jemals richtig verstanden habe, aber dieses Camp-Hafte, was ja auch in dem Film wieder drin ist, vielleicht kannst du das sogar besser erklären, den Begriff. Das ist ein bisschen das Trashige auch, sage ich mal, ohne dass es negativ gemeint ist, quasi belebend ist im besten Sinne. Genau. Und das ist natürlich unser Buffo-Pärchen und das, was Heiko da spielt, das ist ja dann schon auch Camp. Ja, also da passt natürlich auch dazu, das, was bei dir nie fehlen darf und was deine Filme auch sehr einzigartig macht, ist, dass egal, wie ernst das Thema ist, der Humor darf nicht fehlen. Und ich finde, das ist dir hier auch so wunderbar gelungen. Und je älter ich werde, desto ich merke, dass ich bei Operninszenierung, bei Filmen, bei allem, beim Geschichten erzählen, ich ertrage das nicht mehr, wenn Filme komplett ohne das Fünkchen Selbstironie daherkommen, wenn die sich zu ernst nehmen und zu sehr in ihrer eigenen Tragödie suhlen. Das will ich nicht. So ist das Leben nicht. Also meins ist so nicht, das meiner Familie ist so nicht und es hat immer Humor geholfen und es geht gerade darum, mit dem Augenzwinkern zu überleben. Zwei konkrete Szenen. Einmal die Church of Elvis, es muss ja nicht immer Puccini sein. Wie kommt man auf diese herrliche Idee? Ich meine, Christian Steifen ist dir ja eng verbunden, aber erklär uns, wie das da reingepasst hat. Also ich wusste, ich brauche in der Mitte des Films, brauche ich eine Nummer, die auflockert und die nicht mit Oper zu tun hat oder mit klassischer Musik. Das war klar. Und dann habe ich überlegt, was das sein könnte und mir war also in Nullkommanix klar, dass es eigentlich nur Christian Steifen sein kann. Und dann habe ich, weil ich immer Pingpong gespielt habe mit Serge Dorni, was die Musiktitel anging, habe ich ihm Christian Steifen zugeschickt und dann hat er gesagt, kann es nicht irgendwas Internationales sein? Und dann habe ich gedacht, wie toll, Christian Steifen hat ja quasi das alter Ego Reverend Hardy Hardon von der Church of Elvis. Dann wird es halt ein Elvis-Song. Beziehungsweise ein Loblied auf Elvis. Und die zweite Szene, der faustische Deal, die Vertragsunterzeichnung und dann war der ganze Schischi mit den Fackeln wirklich nötig und der Dank an die Kollegen des Palais, die dann aus den Kostümen schlüpfen. Das finde ich einen so großartigen Bruch in dieser Überhöhung, wo man eigentlich denkt, okay, jetzt ist ihn mit Axel aber wirklich die Gäule durchgegangen. In diesem Fall gehen die Lorbeeren alle an Sönke Andresen, weil das hat er sich ausgedacht und das war wunderbar. Das ist so dieser Loriot-hafte Humor, den, also falls Sie ihn noch nicht gesehen, ich glaube, man kann ihn in der Mediathek sehen, Familie Lotzmann auf den Barrikaden. Das ist ein Film, den hat Sönke geschrieben, den habe ich verfilmt, wirklich ganz, ein Fernsehfilm, relativ brav nach dem Drehbuch von Sönke, was halt einfach wirklich ein brillantes Drehbuch war. Und Sönke liebt Loriot und da war so eine Sache natürlich. Also wir haben schon viel hin und her überlegt, wann brechen wir was auf, wann lassen wir was in der Hermetik und wann spielen wir damit, wann geht es einem auf die Nerven und wann nicht. Das ist was, das haben wir in der Drehbuchphase, das haben wir beim Dreh und das haben wir im Schnitt auch noch versucht, in eine Balance zu bringen. Aber es war mir von Anfang an klar, dass ich manche Sachen einfach auch gerne brechen möchte und nicht so stehen lassen will. Jetzt hat Knut Elstermann, der so ein bisschen quasi der Moderationsgott ist im Filmbereich, direkt über euren Film gesagt, das ist ein Kultfilm, schon jetzt, schon bevor er gestartet ist. Das ist eine Riesenauszeichnung zum einen und zum anderen natürlich die Frage, was bedeutet dir Kultfilm und was ist für dich in dem Fall Kult da dran? Siehst du das auch? So wie er? Weiß ich nicht. Also Kult entsteht ja erst tatsächlich. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich diese Kombination aus so vielem, was bisher noch nicht kombiniert wurde. Was den Film irgendwie einzigartig macht. Weil er steht irgendwie jetzt so ein bisschen da und schreit danach, ahmt mich nach, macht mehr davon. Ich würde so gerne mehr von diesen Filmen drehen. Ich würde so gerne. Also es ist ja jetzt nicht ganz neu. Ich habe es auch in früheren Filmen immer schon gemacht. Die klassische Musik hat immer eine Riesenrolle gespielt und ich kann halt Musik zum Beispiel überhaupt nicht ausstehen, die einfach nur Teppich ist. Eine Musik hat immer ein Statement für mich. Immer eine Ebene dazu. Und das war in allen anderen Filmen auch schon immer von Bedeutung. Hier jetzt halt ein ganzes Stück mehr. Aber ich würde so gerne mehr, also weil wir vorhin über einen fliegenden Holländer gesprochen haben. Da ist zum Beispiel, ich würde auch so wahnsinnig gerne Wagner kürzen und das ganze Zeug ist so grandios, aber es ist zu lang. Und die Leute sollen noch nicht wegrennen, sondern man kann so tolle Sachen daraus machen. Oder das auch zu kombinieren. Ich habe jetzt gestern auch, mal gucken, ob es da noch Ärger gibt, weil die Kritiken sind noch nicht raus. Ich habe hinten an den Händel, nach zwei Stunden Händel, in Absprache mit dem Dirigenten, wir haben uns das zusammen ausgedacht, ein Stück von 1920 von Herbert Howells, einem britischen Komponisten, hinten dran gesetzt, an den Händel. Ich finde, solche Kombinationen sind so toll. Also dass man auch mal hört, wie das ist, wenn da jetzt 200 Jahre Musik dazwischen liegen. Und was das mit beiden Stücken macht, das ist so dankbar, auch diese, dass man so hin und her springt. Wir haben doch den Schatz von so vielen Jahren Erfahrung und ich finde, man muss nicht immer diese eine Schublade. Man kann das alles ganz wunderbar miteinander kombinieren. Und ich finde das so wunderbar. Zum einen kann man dich sowieso nur lieben, finde ich. Aber in dem Fall, weil du diese beiden Kunstformen so belebst mit deinen Gedanken, eben dass da sich etwas tun kann im deutschen Film und auch in der deutschen Oper. Das finde ich ganz grandios. Bevor Sie Fragen stellen können, habe ich aber noch ein Thema, das finde ich einfach ganz wichtig in dem Kontext. Weil obwohl du jetzt hier ganz viel auch Lob bekommen hast, in der Oper wirst du gefeiert, es gibt auch immer wieder diese Momente, wo Menschen dann damit nichts anfangen können. Und du hast gerade seit dem letzten Besuch vor zehn Jahren auch einige Nackenschläge erlitten. Und ich habe dich gefragt, ob ich es erzählen darf, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber es gab den ersten Tatort, den du eben gemacht hast, wo du gefragt wurdest, ob du ihn inszenierst. Bubbledash für Ludwigshafen, SWR damals. Und dann kam ein Tag vor der Ausstrahlung in der Bild-Zeitung eine großformatige Bild-Einschaltwarnung, war die Überschrift, mit einer durchgestrichenen Fernbedienung und der Aufforderung, schalten Sie diesen Tatort morgen auf gar keinen Fall ein. Das ist ein Machwerk und der schlechteste Tatort aller Zeiten. Das habe ich noch nie gesehen und noch dazu geschrieben vom Sportchefredakteur der Bild-Zeitung. Aber nichtsdestotrotz war das natürlich für dich der absolute Absturz zunächst. Ja, das war schwierig. Also auch wenn Rosa von Braunheim gleich am nächsten Tag angerufen hat, vollkommen begeistert. Titelseite Bild, ich gratuliere dir. Das ist ja grandios. Ich habe das auch nur einmal geschafft, als ich Harpe und Biulek geoutet habe. Einen Tag danach kam sogar noch eine tolle E-Mail vom Intendanten der Bayerischen Staatsoper, dem damaligen Nikolaus Bachler, der mich überhaupt für die Oper geholt hat oder mir das zugetraut hat. Und der schrieb, nur wer auch das Zeug zu einem Skandal hat, kann sich wirklich Künstler nennen. Ich gratuliere Ihnen. Wow. So. Das waren natürlich beides. Das waren irgendwie beides Pflaster. Die haben gut getan, total gut. Ich habe auch sehr, sehr viele positive Meldungen auf den Tatort gekriegt, auch von Leuten, die mir viel bedeutet haben. Ob das David Schalko war oder Regisseure auch in Deutschland, die mir viel bedeutet haben, die mir sofort geschrieben haben. Aber das war natürlich hart und ich bin ja sensibel. Kannst du nicht gleich positiv bewerten. Und dann hatte der auch nicht so eine gute Quote, wie er hätte haben sollen, können, müssen. Dann wäre ich wundern. Naja, ich dachte, vielleicht wirkt ja der Effekt, ach, das gucke ich mir jetzt an, aber der hat nicht gewirkt. Also der hatte irgendwie 5,85 Millionen Zuschauer oder so und das ist halt zu wenig für einen Tatort. Unter sechs ist immer giftig. Und das hat natürlich sofort, also was ich bis heute nicht verstanden habe, weil der Film ist wirklich bezaubernd und es war eine wahnsinnig schöne Arbeit. Es war halt etwas sehr Besonderes. Ich hatte die Einladung, mir dieses Amateurtheater in Ludwigshafen anzugucken und die Fiktion-Chefin vom SWR, Martina Zöllner, damals hat mich da hingeführt und wir haben mit großer Freude zusammen ersponnen, wie es wäre, wenn in diesem Theater ein Mordfall passiert. Und das war dann eine Einladung. Ich hatte vorher einige Einladungen, Tatorte zu drehen, die ich alle abgelehnt habe, weil mich das nicht so interessiert hat. Aber das fand ich natürlich toll. Mit einem Amateurensemble in pfälzischer Mundart mit den Mitteln der Improvisation einen Film machen und wir haben zwei Jahre lang Workshops gemacht, wo wir jedem dieser 20 Ensemble-Mitglieder eine Rolle auf den Leib geschrieben haben und die die selbst mitentwickelt haben. Mit Peter Tram, da bin ich immer hingefahren und dann haben wir diese Workshops gemacht. Das war so eine schöne Zeit. Aber es war natürlich zu viel für diesen Programmplatz. Also offensichtlich ist der explodiert, der Programmplatz anhand dieses Films. Und das hatte durchaus Auswirkungen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen anderen Film gedreht, dieser Familie Lotzmann auf den Barrikaden für die DGETO ARD. Ein Familienfilm, der sollte am Samstagabend um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Am Tag nach der Ausstrahlung von Bubble, da wurde der Sendetermin dieses Films auf unbestimmte Zeit verschoben. Der lag dann über zwei Jahre im Schrank, wurde nicht ausgestrahlt. Hat es dann irgendwann im August an einem Dienstag um 23.45 Uhr geschafft, ausgestrahlt zu werden. Also sie haben den richtig so weggesendet und eine Zeit lang in den Giftschrank getan. Haben auch wirklich, waren da auch gar nicht mehr stolz drauf. Gott sei Dank hat der Film dann den Grimme-Preis gekriegt. Ich weiß nicht, wo die den ausgegraben haben, aber das war fantastisch und ein ganz wichtiges Trostpflaster. Und der zweite Tatort, weil wir hatten nämlich beim SWR nach der Mischungsabnahme von Bubble Dash so eine gute Stimmung, alle miteinander, die ganze Redaktion, dass wir beschlossen haben, dass die mir angeboten haben, dass ich gleich noch einen zweiten hinterherdrehe. Und der war gerade abgedreht. Aber nach Bubble Dash war natürlich die Postproduktion nicht mehr so einfach. Also dann hat man gemerkt, dass doch irgendwie plötzlich eine Sorge da war und dann haben wir noch was nachgedreht und dann waren auf jeden Fall mehr Leute im Schnitt involviert als zuvor. Und da habe ich gespürt, wie das auf jeden Fall so ist, wenn auf einmal so Angst so wahnsinnig wichtig wird. Weil ich habe diesen Bubble Dash Film komplett angstbefreit gedreht und es hat einfach so keine Rolle gespielt. Wir hatten so viel Freude beim Machen und haben nicht daran gedacht, wie der Film auf diesem Sendeplatz ankommen könnte. Und das haben alle als große Befreiung wahrgenommen. Und das war natürlich hart, wo man sich so geöffnet hat, so eins in die Fresse zu kriegen. Das hat dann natürlich dreimal mehr wehgetan. Und das hat Jahre gedauert, bis ich beim Fernsehen jetzt erst mal nicht mehr eine Person an Nongrata war. Ich habe das gemerkt. Also vorher gab es viele Angebote. Es war alles weg. Also ich habe dann, weil ich Gott sei Dank auf so vielen Standbeinen stehe, das nicht als Krise wahrgenommen, weil ich ja viele andere Möglichkeiten hatte, um Geschichten zu erzählen. Ich habe Opern gemacht, ich habe Theater gemacht, ich habe Hörspiel geschrieben, ich habe ein Roman geschrieben. Also ich habe am laufenden Band habe ich Projekte gehabt. Du hast mir vorhin gesagt, dass du das aus der Entfernung, dass du so mitgelitten hast. Ich kann gar nicht sagen, dass ich gelitten habe unter den Konsequenzen. Dafür habe ich einfach immer genug gearbeitet. Aber rückwirkend betrachtet muss ich schon sagen, die Branche hat darauf sofort reagiert. Und ich war erst mal weg. Also das hat jetzt wirklich ein paar Jahre gedauert. Ehe das Vertrauen wieder zurück ist. Und das nur, weil man sich mal so aufgemacht hat. Weil man so mal nicht in den Schubladen von 20 Uhr 15 Tatort gedacht hat. Ich bin ja auch immer wieder überrascht. Also immer, wenn mir das passiert und wenn ich einen auf die Fresse kriege oder sich Leute aufregen, neulich ist das passiert in Hamburg bei einer Operninszenierung von Il Tretico, da habe ich Filme gemacht in der Umbaupause. Wirklich wie in der Fankurve gab es auf einmal Randalierer im ersten Rang, die gesagt hat, wir sind in der Oper, nicht im Kino, das ist keine Generalprobe, Vorhang hoch, bla. Und drei Minuten lang. Das war irre. Die haben komplett die Aufführung gestört. Das war unglaublich. Und ich bin jedes Mal überrascht, wenn mir das passiert, weil ich nie provozieren möchte. Also ich mache das nicht mit Absicht. Dass ich eigentlich, eigentlich mache ich wirklich keine Filme, um anzuecken, sondern eigentlich will ich ja auch nur gefallen. Also ich muss sagen, ich bin gerade total berührt, weil ich finde, in unserer Gesellschaft ist es einfach so, dass man ganz selten über das Scheitern redet und dass du das so offen und vertrauensvoll hier tust. Fände ich ganz toll und mutig. Und gleichzeitig noch vielleicht die Frage, was würdest du den anderen raten, wenn sie gerade in so einem Scheiternprozess sind? Ja, weitermachen. Also das hilft ja nichts. Also im besten Fall, das ist, ich glaube, ich habe das schon immer damals gesagt, Fassbinder hatte diesen Spruch mit, wenn der neue Film rauskommt, ist der nächste schon fertig. Also man muss es ja nicht immer mit Film bezeichnen, aber das Projekt, also man, ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, ich mache nur alle sieben Jahre einen Film, arbeite da so hart dran und dann scheitert der, dann kann ich mir ja gleich die Kugel geben. Also das würde ich nicht überleben. Das ist immer, immer weitermachen und immer schon ein Projekt am Laufen haben, auf das man sich stürzen kann, um auch sich abzulenken von dem, was davor war. Also sonst fange ich an, mich abhängig zu machen von dem, was die anderen sagen, was Kritiker sagen. Und das kannst du, du kannst es nicht einschätzen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst deine Sachen mit vollster Überzeugung nur aus der Ehrlichkeit heraus machen und dich immer wieder öffnen. Und wenn du dann ab und zu mal eins in die Fresse kriegst, ja, dann lernst du halt raus und gewöhnst dich dran. Also ich würde es aber nicht anders machen. Ich habe von Rosa gelernt, dass ich mich aufmachen muss. So. Ich werde mich nicht verschließen. Toll. Also ich finde das richtig klasse. Dankeschön. Und da kann man schon mal für klatschen. Aber das ist noch nicht das Ende. Sie haben natürlich die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen oder Kommentare. Auch gern wieder zurück zum Film, auch wenn jetzt das noch mal ein kleiner Exkurs war. Ich komme mit dem Mikro gerne zu Ihnen, weil wir es aufzeichnen. Geben Sie einfach ein kurzes Zeichen, auch wenn das jetzt abschreckt, aber ich komme direkt rübergeflitzt. Also. Orpheia, den Film zu nennen, ist ja nun nicht feministisch. Wenn eine Frau ihre Stimme verlieren muss, damit sie, und brauchen wir nicht drüber reden, aber Orpheia ist dennoch goldrichtig und der Film auch wunderschön, weil eben in der Oper, weil die Oper gekennzeichnet ist, inhaltlich, immer durch Frauen, die sich opfern, sei es, dass sie tot sind, ihre Liebe verlieren oder sonst was, insofern ist die Benennung Orpheia dann auch richtig, aber man darf nicht feministisch sagen. Habe ich ja auch nicht. Doch, vorhin. Ich sage, wenn die Tatsache, dass der beste Orpheia, den ich finden konnte, eine Frau war und wir deshalb das Geschlecht ändern, also wenn diese Tatsache feministisch ist, dann ist das ein Beitrag. sehr gut. Aber um Gottes Willen, er hat ja die Frage gestellt, ich weiß, ich habe es so verstanden. Nein, nein, um Gottes Willen, dann bin ich ja froh. Keine Sorge. Aber ich muss Ihnen den nächsten Schock versetzen und zwar, Sie sind einfach zu spät geboren. Erzählen Sie. 1977 bis 87 war hier in der Frankfurter Oper Michael Gielen und all die Regisseure, die ein Regie-Theater gemacht haben, wo die Oper nicht nur entstaubt wurde, sondern wo das Leben in die Oper einzog. Das war so unglaublich, wer das miterlebte. Und da Sie aber bei der komischen Oper waren, die einzige Oper, die eigenständig ohne Frankfurt auch in dieser Art gearbeitet hatte, war Felsenstein in der komischen Oper. Und von daher ist das wirklich eine Verbindung. Und jetzt kommt die nächste Verbindung. Koski, der bisher an der komischen Oper war, wird in der nächsten Spielzeit hier in Frankfurt inszenieren. Und jetzt die Frage, warum hat sich die Frankfurter Oper bei Ihnen nicht gemeldet und warum nicht Sie bei der Oper? Naja, ich bei der Oper, ich bin ja sehr froh, dass ich jetzt mal an einer komischen Oper arbeiten darf, weil tatsächlich Felsenstein mich auch extrem geprägt hat und ich durch Felsenstein ja auch erst gelernt habe, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen den Sängern und den Schauspielern, mit denen ich Filme mache. Also ich kann mit den Sängern genauso offen umgehen und an ihren Figuren, an ihren Haltungen, an ihren, so. Bei allem Respekt für die physiognomischen, Voraussetzungen, die es braucht, um diese Töne zu produzieren, habe ich von Felsenstein gelernt, erst kommt die Haltung, dann kommt der Ton. So, und das hat viel mit mir gemacht. Und ich weiß sehr wohl, dass es ja gleichsam die Entwicklung unter Gielen und Neuenfels, gehört ja auch dazu, hier in Frankfurt gab. Ich selbst bin, glaube ich, aber ich sehe mich ja auch immer noch als kleinen Regisseur. Ich würde jetzt nicht hingehen zur Frankfurter Oper und sagen, wann besetzt ihr mich jetzt mal hier, wann holt ihr mich mal für ein Stück? So, aber ich wäre natürlich sehr offen zu kommen. Das ist überhaupt gar keine Frage, wenn Sie da können. Das Gegenüber, wir geben das weiter. Ja, ja, genau. Nein, es ist ein tolles Haus. Es ist ein tolles Haus. Mein Bühnenbildner hat schon einige Sachen, Falko Herold hier gemacht und schwärmt immer sehr. Ja, und ich freue mich natürlich für Barry Koski, dass er hier arbeiten kann. Ich bewundere Barry über alles. Ja, und es gibt auch eine tolle Verbindung und Tradition, die sehr viel Sinn macht, von Felsenstein bis zu Barry Koski rüber und dieses Haus, die komische Oper, auch zu einem wirklich genauso besonderen Platz macht wie die Oper in Frankfurt. Also ich unterstreiche das alles, was Sie sagen. Das ist ganz toll. Jetzt weitere Fragen oder Kommentare. Trauen Sie sich. Ich möchte noch eine ganz kleine. Die Butterfly, die dann abbricht. Wer hat das gesungen? Elisa Blum heißt die Sängerin. Und das ist eine hübsche Frage, weil es eine ganz schwere Aufgabe war, eine Sängerin zu finden. Also ursprünglich hatte ich die Rolle auch einer Sängerin auf den Leib geschrieben. Die hat sich das durchgelesen, die war auch geschmeichelt, aber dann einen Tag später, nach wahrscheinlich Rücksprache mit ihrem Agenten, sagte sie, das kann ich nicht machen, dass mir die Stimme wegbleibt. Diese Selbstironie, das ist zu viel. Und dann habe ich weitergesucht. Wir haben, ich glaube, zwölf weitere Sängerinnen für die Rolle angefragt. Keine war bereit, diese Rolle auf sich zu nehmen. Das ist dann wahrscheinlich doch zu viel mit dem Schicksal gespielt. Also diese Idee, dass die Stimme stecken bleibt oder was auch immer das mit dem Ruf einer Sängerin macht, wenn sie eine Rolle spielt, in der ihr die Stimme versagt oder so. Und dann im zweiten Schritt, als klar war, okay, machen wir nicht, ich besetze eine Schauspielerin, ich habe die wunderbare Rosina Ladi gefunden, selbst im zweiten Schritt, wir haben keine Sängerin gefunden, die es eingesungen hat, aus demselben Grund. Und es war immer spätestens nach dem Telefonat mit dem Agenten war Schluss. Und dann haben wir die ganz wunderbare Elisa Blum gefunden, die noch keine Agentur hatte, weil sie im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper war und die überhaupt kein Problem hatte, das zu machen. Und ich habe am Telefon gesagt, bist du dir sicher? Ich sage dir, es haben viele schon abgesagt. Du machst es nur, wenn du dir ganz, ja, kein Problem. Wie soll ich abbrechen? Die war sehr cool. Tolle Sängerin. Und wir haben es dann aufgenommen, also die zweite Aria auch, die dann hinten raus von Mirjam gesungen wird, damit Rosina Ladi das Lippensynchron üben kann, sich angucken kann, wie die das singen, damit sie wirklich weiß, wann wird geatmet, wie wird der Mund geformt. Ich glaube, da hat sie wochenlang dran geübt. Ist so der Höllbach als Karikatur eines Musikagenten entstanden? Ja, das ist mir passiert, so etwas Ähnliches. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit Opernproben, wo ich es plötzlich mit einem Agenten zu tun hatte, der immer gesagt hat, und was wollen Sie damit erzählen? Ich habe Fragen, Sie müssen mir das erklären und das und das. Und ich immer dachte, warum muss ich jetzt mit dem Agenten hier sprechen? Ich habe die Erfahrung eines sehr übergriffigen Agenten als Regisseur auch gemacht. Ich spreche. Gibt es noch Fragen? Oder etwas, was Sie interessieren würde von Axel? Ja, so, ich komme zu dir rüber. Jetzt ist mein Kommentar. Ich bin kein Opern-Fan, aber der Film bringt mir wirklich die Oper so nahe. Das ist echt ein Hammer. Ich mag Oper überhaupt nicht. Ich hasse diese ganze Kultur der Adeligen. Und wenn ich in die Oper reingekriege, ich bin von Krise. Wenn ich diese Sitzordnung sehe, dann fließt mein Blut von unten nach oben. Und ich verstehe auch nichts, was da gesungen wird. Ich war ein paar Mal in der Oper und beim ersten Mal bin ich eingeschlafen. Und beim zweiten Mal war ich von vollem Hass erfüllt. Ja, aber irgendwie so, dein Film, das ist echt wunderbar. Ich habe sehr viel verstanden. Und ich habe dich ja gefragt, warum du nicht untertitelst die Lieder. Denn du hast mir gesagt, wir sollen zuhören. Und fühlen. Ja, genau so. Und die Musik ist wirklich etwas, was so unmittelbar die Emotionen anspricht. Und dass man einfach versteht. Das habe ich heute beim zweiten Mal gucken kapiert. Das war wirklich wunderschön. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, was irgendwie Film so bringen kann. Und ich mache ja Dokumentarfilme. Und ich finde es irgendwie ziemlich langweilig inzwischen, wenn ich so etwas sehe. Weil dein Film mehr erzählt, was das Leben ist. Und wenn das Leben Rot-Diamant ist, Rot-Diamant ist auch etwas Wertvolles, sehr, sehr Wertvolles. Aber so etwas, was du gemacht hast, ist das wirklich so Schmuckstück, geschliffene, wirklich Kunst, das sich unterscheidet von Rot-Diamant. Ganz toll. Ich bin echt begeistert. Und dann die Frage, genau. Die Frage ist nicht meine Frage. Mein Mann hat mir gesagt, weil er nicht kommen konnte, ich sollte dich fragen, wo deine Liebe von Opa herkommt, von klassischer Musik, und ob das deine Eltern gewesen waren. Ich habe gesagt, absolut nicht, wahrscheinlich. Aber ich weiß es auch nicht. Deswegen sollte ich dich fragen. Nein, mein Papa war Schlager und Volksmusik, wenn überhaupt, aber auch meistens beim Autofahren. Meine Mama mag Musik schon sehr, reagiert aber sehr emotional auf klassische Musik. Deswegen gab es zu Hause immer keine. Meine Großeltern haben klassische Musik gehört. Meine Oma hat ja getanzt. Und da gab es immer Straußwalzer. Aber ich muss gestehen, meine Schwester, die hat im Chor gesungen, auch sehr musikalisch. Das ist sicherlich die musikalischste in der Familie. Aber ich komme schon aus einem Sportlerhaushalt. Und da sind wir lange nicht auf die Idee gekommen, dass das musisch begabte Kind ein Instrument lernen sollte oder so. Mein Papa brachte 1990 von einer Trainingsreise aus der Tschechoslowakei ein Ghetto-Blaster mit. Und dann hat er obendrauf irgendwie so 20 Doppel-CDs, klassische Musik, einen bunten Querschnitt, Beethoven, Tchaikovsky, alles, was so gängig ist, mitgekriegt. Und dieser Apparat, den fand meine Mutter nicht schön. Und mein Papa war nie da. Also habe ich mir den geschnappt, mit ins Kinderzimmer genommen und dann diese CDs aufgelegt. Und das war eigentlich meine Initiation. Ich war verloren in klassischer Musik. Das hat mich als kleiner Junge sofort angesprochen. diese große Musik war, in der bin ich vollkommen aufgegangen. Und ich habe das wirklich auch immer mal schon bei Kindern beobachtet, dass die einen sehr viel natürlicheren Zugang zu klassischer Musik haben und das einschätzen können. Wenn die Per Günd hören, dann sind die lost, dann sind die gefesselt von den Geschichten, die da erzählt werden in der Musik. Das ist dann schnell weg, wenn die zur Schule gehen. Weil das auch nicht cool ist. Aber ich war nie cool, deswegen konnte ich das total gut behalten mit der klassischen Musik. Und mit der Oper, ich weiß noch genau, wie ich das allererste Mal in der Oper war. Ich war eigentlich erst 13, also schon 13, relativ spät dafür, dass ich so früh Klassik-Nerd war. Habe ich auch meinen Papa begleitet. Eigentlich ist immer mein Papa schuld, überraschenderweise, der unmusikalischste von uns allen. Und der hat mich mit nach Wien genommen zu den Europameisterschaften im Kunst- und Turmspringen. Und ich wollte halt nicht immer den ganzen Tag in der Halle, deswegen bin ich dann immer auf den Zentralfriedhof gegangen, habe so Rosen gekauft und die bei meinen Lieblingskomponisten überall so Rosen hingelegt. Und dann am Abend habe ich gedacht, Papa, ich will in die Oper. Und mein Vater so, was willst du denn in der Oper? Das war viel zu teuer. Und dann haben wir geguckt, Volksoper gegen. Und da lief Liebestrank von Donizetti. Und dann saß ich da in der Volksoper, habe den Liebestrank gesehen und dann fängt er, ich wusste das nicht, ich kannte das Stück, aber ich wusste nicht, dass es da vorkommt, der Nemorino auf einmal an, seine Alina zu besingen, dieses Una fortiva lacrima. Und das, auf einmal blieb die Zeit stehen. Und das in einer Weise, wie ich das vorher noch nie erlebt hatte, auch nicht im Film. Und das ist was, finde ich, was Oper kann, dass ein klitzekleiner Moment von Ewigkeit, genau. Und dass man in diesem Moment dann sich baden kann und in dem sich verlieren kann, das ist was, was so nur die Oper kann. Und das habe ich da erlebt. Und das war eigentlich der Moment, wo ich dann gedacht habe, warum, also ich bin dann ständig in die Oper gegangen. Es gab dann in Berlin diese Classic Card, was ganz toll war, und dann konnte ich immer für 10 Euro in die Komische Oper. Und dann habe ich da immer mit in der ersten Reihe gesessen, zwischen den ganzen Leuten, die sehr viel Geld ausgegeben haben, was ich ganz toll fand. Und dann habe ich, ich habe, damals wusste ich noch nicht, dass man in der ersten Reihe nicht am besten hört. Und ich wollte halt nah dran sein. Ich wollte nah am Orchester sein. Ich wollte nah an den SängerInnen sein, da vorne. Und das ging, das ging. Weil das war eh eine Zeit, so die späte Harry-Kupfer-Zeit, wo es in der Komischen Oper nicht immer jeder Platz ausverkauft war. Da konnte man viel gucken. Und von daher rührt das. Ich weiß auch nicht, ich fand in die Oper gehen immer sehr viel weniger überwindend, oder es kostete mich weniger Überwindung, als einen Kinofilm anzugucken. Aber meine Freunde, die ich dann so mit 15, 16 harte gefunden hatte, mein Kumpel Marvin, der ist Comiczeichner, ein grandioser Comiczeichner, aber der hat sich natürlich immer so für Comic-Verfilmungen und Superhelden-Geschichten interessiert. Das hat mich alles überhaupt nicht. Da bin ich immer eingeschlafen. Also damit kannst du mich jagen. Das ist halt irgendwie nichts. Das habe ich immer nicht verstanden. Und ich dachte, das ist Film. Warum bist du dann an die Filmhochschule? Weil ich versehentlich selber eingedreht habe. Ich wollte eigentlich in Brandenburg Theater spielen. Drei Wochen lang gab es so einen Workshop. Und es gibt eine Bildungsstätte in Berlin, das Wannsee-Forum. Da war ich als Jugendlicher ganz oft. Da konnte man verschiedene künstlerische Werkstätten besuchen und Theater spielen. Ich wollte immer Theater spielen. Und dann wurde das angeboten, da war ich gerade 18 geworden, glaube ich. Drei Wochen Sommerferien, Theater spielen in der DGB-Jugendbildungsstätte Fleckenzechlin. Und da bin ich hin und alle wollten Theater spielen. Und weil ich nicht der bin, der sich streitet, sondern immer so ausgleichend, diplomatisch, es gab noch diesen dusseligen Video-Workshop. Und der war halt nicht so überrannt. Okay, dann mach ich halt Video. So. Und das war ganz frisch, das gab es noch nicht so lange, diese Mini-DV-Kassetten und Camcorder und diese ersten frühen Schnittsysteme auf dem Apple iMovie. Weil davor hatte das mit VHS-Kameras und das war ja furchtbar, wenn man dann immer zum Schneiden irgendwie auf dem Rekord-Button und Stopp und überspielen war. Es war so viel mit Technik verbunden. Plötzlich war Video so einfach. Und ich begriff, als ich dann so meinen ersten Kurzfilm drehte, dass ich ja alles da reinmachen kann. Ich kann ja Musik drunter legen. Ich kann ja Oper machen. Also das sage ich jetzt rückwirkend, weil ich das begriffen habe bei der Oper. Das war mir damals nicht so klar, wie viel das auch mit Oper zu tun hat. Aber Film und Oper sind sich ja so wahnsinnig nah. Das sind ja alles Zehnkämpfer Disziplinen. Und ich war verloren. Ich habe begriffen, okay gut, Komponist wirst du nicht, hast vergessen, Instrument zu lernen, aber Filmemacher, Filme könntest du komponieren. Und so bin ich verloren gegangen, infiziert worden vom Virus Film. Und dann unheilbar krank geworden. Zum Glück. Wie toll. Also ich kann wieder stundenlang zuhören. Gibt es Fragen oder Kommentare? Ansonsten, du hast mir vorher in einer ganz wunderbaren SMS gesagt, dieser Film stellt, und die Serie, die du jetzt als nächstes gedreht hast, Ja, die Serie, ja. Nackt über Berlin, die Verfilmung deines Romans, das sei das Ende deiner filmischen Pubertät. Ja. Erklär uns das. Naja, in der Serie kommt alles zusammen. Dieser Roman, eigentlich wollte ich ja einen Film drehen und dann wurde der aber zu komplex und ich hatte mal das Angebot, ich bin ja immer so ein Glückspilz und die Leute kommen zu mir und sagen, sie sollten mal ein Roman schreiben, Herr Hanschen. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern welche vom Ullstein Verlag. Und dann denke ich so, huch. Nein, Entschuldigung, das kann ich nicht. Und dann wurde aber dieser Filmstoff immer komplexer und mehr Figuren und Familienmitglieder und bla. Und dann dachte ich so, naja, vielleicht wäre das ja ein Roman. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann schreibe ich einen Roman. Und habe den aber auch eigentlich nur geschrieben, um den dann später zu verfilmen, logischerweise. Ich wusste nur, das ist zu viel für einen Film. Am besten wäre es eine Serie, aber das ist ja ein bisschen größenwahnsinnig. Ich habe dann zu meinem tollen Co-Autor, Sönke Andresen, der jetzt mit mir auch die Adaption des Romans gefertigt hat, für Nackt über Berlin gesagt, ja, ich schreibe jetzt erst mal einen Roman und dann mache ich daraus eine Serie. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. Aber jetzt ist es genauso gekommen. Die spielt in Lichtenberg, in meiner Heimat, die spielt im Plattenbau. Die Hauptrolle spielt ein übergewichtiger, kleiner Klassik-Nerd, der sich unsterblich in seinen vietnamesischstämmigen Mitschüler verliebt und mit ihm zusammen eigentlich Scheiße baut. Nämlich entführen sie ihren eigenen Schuldirektor in dessen Wohnung aus einem nächtlichen Spaß heraus, sperren sie ihn da ein. Und aus diesem Spaß wird dann aber zunehmend ernst. Was aber nicht bedeutet, dass es ein Thriller ist. Er hat sehr viele Thriller-Elemente, aber ich habe ja schon erklärt, dass ich das mit den Schubladen nicht so mag. Deswegen ist diese Serie ja auch Oper und auch Musical und auch Familiengeschichte und auch Coming-of-Age-Geschichte und alles zusammen. Und es bringt irgendwie alles, was mich ausmacht oder was vielleicht meine letzten 40 Jahre, ich werde ja jetzt 40 dieses Jahr, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Pubertät abzuschließen. Das bringt irgendwie alles zusammen. Und diese Serie, die habe ich jetzt drehen dürfen. Glücklicherweise, muss ich wirklich sagen, mit der ARD und dem SWR federführend, also der SWR hat mir verziehen, die beiden Tatorte. Sie haben wieder mit mir gearbeitet, sie haben sich wieder gewagt. Hoffentlich kriegen wir nicht wieder einen auf die Presse. Aber ich sage deshalb glücklicherweise, weil das lag vorher bei Skyrum und die wollten halt viel mehr Schublade, die wollten gerne, dass ich einen 1A-Thriller draus mache, damit man das zuordnen kann, damit die Leute wissen, was sie einkaufen. Und der Stoff wehrte sich so sehr. Und meine geliebte Redakteurin Katharina Dufner hat den Stoff verteidigt in all seiner Vielschubladigkeit und gesagt, genau so müssen wir ihn machen. Und deswegen bin ich unendlich dankbar, dass wir mit ARTE und mit dem SWR diese Serie jetzt drehen konnten und sie jetzt tatsächlich rauskommt und beim Filmfest München Premiere feiert. Genau, schon in wenigen Wochen. Ja. Und zwar, das war ja irre, 2013, als ich für mich Disco und Räuber rauskam, die hatten beide, Räuber ist ein Kinderfilm, den ich gedreht habe, Premiere beim Filmfest München, zusammen mit meiner allerersten Operninszenierung. Da hatte ich drei Premieren innerhalb von einer Woche und ich wurde in der Woche auch noch 30. Und jetzt, genau zehn Jahre später, komme ich zurück zum Filmfest mit dieser Serie und werde 40. Das ist doch schön. Das ist einfach eine Tolle. Das ist doch eine Fügung. Ich weiß auch nicht, die Bayern, die Opernhaft, Opernhaft, ja. Irgendwie die Bayern, die können was mit meinem barocken Humor anfangen. Ich weiß nicht genau, was das ist. In München ist das da, also auch an der Oper. Also in München fliegen mir sehr viel leichter Herzen zu als in Berlin. Das ist schon richtig. Aber das hat sich gestern übrigens bei der Premiere anders angefühlt. Es war toll. Schön. Ich war so glücklich gestern. Gestern war so ein Abend, ich hatte solche Sorge, weil ich nicht wusste, wie das ankommt und wir haben uns noch so lange über das Ende der Inszenierung unterhalten und hatten so unterschiedliche Meinungen im Team. und dann war das gestern eine solche Erlösung, wenn man merkt, dass der Funke überspringt und dass die Leute berührt sind, das ist so was Einzigartiges. Das ist wiederum was, was tatsächlich nur bei Veranstaltungen passiert, wo wir alle zusammen hocken. Das ist das Argument, aber das ist ja eh das Argument, was für die Institutionen spricht, aber nicht das, was damit verbunden ist. Dieses Klassendings und wo du Gänsehaut kriegst und dein Blut in die falsche Richtung läuft. Aber für dieses Gemeinschaftserlebnis, wenn sich alle anstecken lassen von so einer, wenn alle berührt sind auf einmal, gemeinsam, das ist schon zauberhaft. Also fahren Sie in die komische Oper nach Berlin, es lohnt sich. Saul hat gerade seinen Start dort gestern gehabt. Wie lange noch? Noch vier Aufführungen. Am 10. Juni ist die letzte. Das ist ganz toll, weil da darf man in der komischen Oper übernachten. Das ist nämlich der letzte Tag, an dem die komische Oper noch geöffnet hat und dann machen die Party bis 7 Uhr morgens. Die stellen da so Feldbetten hin und so und dann können alle... Ein Spektakel. Ein Spektakel, genau. Und dann heißt es Bye Bye Bärenstraße für mindestens sechs Jahre. Diese Reihe endet immer mit einer traditionellen Frage, die im Titel dieser Veranstaltung steckt. Ich habe sie dir vor zehn Jahren gestellt und ich habe mir die Frage nochmal angehört, was du vor zehn Jahren gesagt hast. Ich möchte sie dir nochmal stellen. Was habe ich denn gesagt? Was tut sich im deutschen Film, lieber Axel? Wie würdest du diese Frage beantworten? Gewaltig viel. Wir sind in der größten Umbruchphase, die wahrscheinlich unsere Kunstgattung jemals erlebt hat und ich finde das hochgradig aufregend. Also ich bin ja eh relativ angstbefreit. Deswegen freue ich mich über alle Neuerungen, über alle Änderungen. Ich freue mich darüber, dass die Serie plötzlich so eine große Rolle spielt, dass wir damit neue Erzählzeiten etablieren können. Ich würde mich darüber freuen, wenn das auch genutzt wird, um mit noch weniger Angst, auch von Seiten der Produzenten und Redakteure und Programmemacher, dem entgegnet wird. Weil Angst können wir alle nicht gebrauchen. Aber eigentlich ist das eine mega spannende Zeit und ich freue mich, dass sich so viel tut. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was du vor zehn Jahren gesagt hast. Das finde ich klasse. Aber ein paar Sachen sind neu. Das ist richtig toll. Auf jeden Fall ist es total optimistisch und mutmachend, dir zuzuhören. Dein Film hat nächste Woche Kinostart? Ja, 1. Juni. Wenn Sie ihn mochten, schicken Sie bitte alle rein. Denn ganz wichtig. Der läuft hier in diesem wunderbaren Kino, also in dem Kino mit dem wunderbaren Namen Harmonie. Das ist toll. Da gehört er hin. Und also wirklich gerade das erste Wochenende sei Ihnen sehr ans Herz gelegt, weil das entscheidet dann, wie lange der Film läuft. Deswegen unbedingt Menschen reinschicken. Das ist ganz wichtig. Und bevor ich dir dafür Glück wünsche, sei noch gesagt, unsere nächste Veranstaltung in dieser Reihe ist von einem weiteren rosa Kind. David Nent wird dann bei uns zu Gast sein mit seinem großen Erfolg dieses Jahr. Sonne und Beton. Auf der Berlinale hatte er Premiere, die Felix-Lobrecht-Verfilmung. Ein Film, der Sie genauso umhauen wird, voller Energie und mutmachenden Darstellern in einer Welt der Plattenbauten in Neukölln. Aber jetzt, lieber Axel, es war wie immer ein Fest. Ich hoffe, es werden nicht wieder zehn Jahre, bis du hier wiederkommst. Großen Applaus. Axel Rahnisch, Orfea in Love. Danke Ihnen. Kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Kommen Sie gut nach Hause.